Nachdenkseiten Die kritische Website Gast oder Gästin? Das ist hier die Frage. Ein paar Gedanken von Frank Blenz Bisher wurde die Frage Gast oder Gästin muttersprachlich ohne jede Aufregung gelöst. Es heißt Gast. Du bist mein Gast, sagt man zu einem Menschen. Egal welchen Geschlechts er ist. Das zu ändern oder einfach Gast zu sagen, nicht mehr gut zu finden, finde ich sehr ungerecht. Denn jeder angesprochene Gast wusste bisher selbst sehr wohl, welches Geschlecht er hat und dass sein Gegenüber sehr wohl dies mit dem Wort Gast einbezog. Gast schließt alle ein. Generisches Maskulinum, sagt man dazu. Deutsche Sprache, herrliche Sprache. Ein englisches Wort drängt die deutsche Sprache in die Defensive. Nachdenkseiten Auf dieser hier so lebendigen Plattform NDS werden vielfältige Themen zur Sprache gebracht. Schau es dir an, ich habe etwas für dich. Lies mal, sagt man, wenn man einen Tipp zu den Nachdenkseiten loswerden, für diese Seite werben will. Mich als Autor und Bürger beschäftigt seit längerer Zeit und in jüngster zunehmend ein Wort. Gendern. Englisch ausgesprochen, gendern. Ich beobachte, wir alle sind betroffen, als Bürger, als Leser, als Kunde, als Student, als Radiohörer, Leser, Zuschauer und so weiter. Denn vielerorts wird geradezu aggressiv mittels Gendern hervorgehoben, wie wichtig, wie richtig diese neue Sprachmodifikation ist. Die alte Sprache gerät dabei in die Defensive. Es gehe um Gerechtigkeit, lautet die Begründung der Genderer, was unterstellt, dass unsere Sprache nicht gerecht sei, weil die Geschlechter in ihr nicht gebührend vorkämen. Sie kommen aber vor, finde ich, das generische Maskulinum schließt alle ein. Ein guter Freund, sprachgewandt und belesen, sagte mir jüngst, werbend für das Gendern, dass so viel Zeit sein müsse, alle einzubeziehen. Sich Zeit nehmen, höflich sein, aufmerksam, ich stimme ihm zu. Doch die deutsche Sprache ist seit jeher eine, die viele Wörter, viele Worte zur Verfügung stellt, um sich Zeit zu nehmen und höflich, ja, gerecht zu sein, entgegnete ich ihm. Die Höflichkeit kommt nicht zu kurz. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Besucher, liebe Anwesende. Wer wird allein schon bei dieser einleitenden Anrede vergessen? Mit Sternchen und Minus Innen ist es mit der Gerechtigkeit nicht getan, legte ich weiter Einspruch ein. Denn in Sachen umfassender Gerechtigkeit in der Gesellschaft versiegt das Engagement der Gender Innen, so meine Beobachtung. Gleichberechtigung in der Sprache, in der Nennung der Person hinsichtlich ihres Geschlechts und oder ihrer Orientierung sorgt eben nicht für Gleichberechtigung beim Lohn, bei der Verteilung von Macht und Kompetenzen, bei der Gleichberechtigung in vielen Teilen der Gesellschaft. Die inflationär verwendete englische Bezeichnung Gender in der deutschen Sprache zur Gewährleistung von Gerechtigkeit der Geschlechter, männlich, weiblich, divers, ist für Otto Normalverbraucher, den Muttersprachler, eine Zumutung. Diese Zumutung hält eine andauernde Krise im Land am Laufen. Wir haben schon viele Krisen. Die Sprache, die Rede, die Anrede, alles schriftliche, vertonte Werbung, alle Bereiche werden von Sternchen und Innenen okkupiert. Das ist die eine Seite, die der sich wichtignehmenden mächtigen Deutungshoheiten. Schaut dem Volk aufs Maul Der Durchschnittsbürger, mit Bürger sind alle geschlechterbetreffend gemeint, redet wie immer, Gott sei Dank. Man stelle sich Gespräche von Durchschnittsbürgern im Innenhix vor, habe ich noch nicht gehört. Tatsächlich wird einem aber diese Sprachweise in TV-Beiträgen und Rundfunkinterviews zunehmend von Fachleuten und Profis und wohl richtigen Freunden dieses Stils offeriert. Dabei zuzuhören, das ist anstrengend. Man fragt sich, soll das wirklich die Sprache unserer Zukunft sein? Ich erinnere mich. Ein Rundfunkinterview über die Betreuung von Jugendlichen, die einen Knacks dank all der vergangenen und bestehenden Krisen der Gesellschaft erlitten haben oder gerade erleiden, strotzte vor Gender-Ausdrücken. Es reichte der Fachfrau nicht, der Expertin, ja, so viel Zeit muss sein, in der Mehrzahl ihrer Aufzählung der beteiligten Psychologen, Physiologen, Experten, Doktoren, Soziologen, Pädagogen, die hier genannte Form zu nutzen. Bei jeder Aufzählung nahm sie sich stattdessen noch viel mehr Zeit. Psycholog, ganz kurze Redepause, Innen, Physiolog, Innen, Expert, Innen, Doktor, Innen, Soziolog, Innen, Pädagog, Innen. Sie zählte die Experten in dieser Art sehr oft auf. Kürzlich las ich in einem Leserbrief auf einer Internetseite einen Vorschlag, das Innen zu umgehen. Laut Gedankenprotokoll meinerseits gebe ich es wieder. Präsenz, Forschende, Präterium, Geforschte, Perfekt, Geforschthabende, Plusquamperfekt, Geforschtgehabte, Futur 1, Forschendwerdende, Futur 2, Geforschthabenwerdende, Konjunktur 1, Geforschthettende, Konjunktur 2, Geforschthabenwürdende. Das Kind Sprache ist schon in den Brunnen gefallen. Dank Denglisch. Doch... Wenn wir ehrlich sind, haben wir unsere Sprache schon enorm rampondiert, beschädigt, kulturell verwahrlosen lassen. Wir erleben bis heute eine Inflation des Denglischen. Beeindruckend ist schon lange zu cool geworden. Nur bei cool leuchten unsere Augen. Geschäftsführer heißt neuerdings CEO. Und der Abgabeschluss für einen Auftrag wird von einer Deadline gezogen. Roundabout, Live, Cashflow, Meeting, App, Smartphone, Flatrate, Shopping, Black Friday, Row Area. Ein neues englisches Wort für einen noch spannenderen Raum im Backstage-Bereich einer Musikbühne. Man unternehme nur mal zum Spaß den Versuch, eine DIN A4-Seite mit englischen Wörtern, die in unserer Sprache in oder ein Mast sind, aufzulisten. Ich garantiere, ich schwör, habe ich von einem türkischen Freund, ein Blatt reicht nicht. Doch wir können optimistisch sein. Denn die Sprache, also unsere Muttersprache, sie ist ein wunderbares, dynamisches Wesen. Man höre nun mal der Jugend zu. Die fanden es früher echt knorke, dann cool und nun mega, Digger. Es könnte auch wieder der Tag kommen, an dem sie im dann angesagten Trend ausgerufen werden, freuten sie sich besonders über etwas. Mensch, ist das schön! Nein zur Nötigung, zum Zwang, zum Nachteil für Menschen, die Gendern ablehnen. Gendern. Gendern. Es ist ein Unwort. Es ist ein Wort, welches Unbehagen auslöst. Nicht, weil die Idee der Gleichberechtigung Unbehagen auslöst. Das Unbehagen löst der englische Ausdruck wegen seiner innewohnenden, selbstgefälligen, besserwisserischen Penetranz des Stils aus. Der Stil versucht, die bisherige und sich doch stets wandelnde und entwickelnde Sprache ins Abseits zu drängen, was von den AktivistInnen bis zu einer fanatischen Ekstase belebt wird. Das Unbehagen der Normalen dagegen verstärkt sich, weil es geht eben um Zwang, um Ausgrenzen, um diese unausgesprochene Drohung, wer nicht mitmacht, der, die, es ist, draußen und oder gar nicht mehr dabei. Das Leben bietet traurige, empörende Beispiele dieser Entwicklung. Mann, Frau, stelle sich vor. Eine Diplomarbeit, ach ja, das heißt ja jetzt Bachelor oder Master, wird von dem Studenten ganz ohne Gendern verfasst. Das aber bedeutet, ganz gleich, ob Mann, Frau, fachlich, richtig, ja, brillant schreibt, Punktabzug. In den Medien, Zeitung, TV, Rundfunk ist eine berufliche Laufbahn in Redaktion zunehmend nicht möglich, wenn man das Gender nicht beherrscht und nutzt. Bürger schütteln den Kopf, lesen sie Behördenpost. Bei der Deutschen Bahn muss die Kundschaft neuerdings gendergerecht angesprochen werden. Ein Gericht entschied, dass die Anrede Herr oder Frau diskriminierend sei. Zitat MDR.de Zitat MDR.de In der Politik schreit man auf bei den Konservativen. Deutlich sei angemerkt, dass die CDU ganz leise sein sollte mit ihrem ausgestellten Widerstand in Sachen Gendern. Hätte die CDU in vielen Jahren Kanzlerin Regentschaft der Gleichberechtigung von Mann und Frau einschließlich gleicher Löhne und gerechter Positionen in der Gesellschaft zum Sieg verholfen, es gäbe keinen Fanatismus des Genderns. Sei's drum. Nun positioniert sich die einstige Regierungspartei so. Zitat Berliner Zeitung.de Die CDU macht sich gegen Gendersprache in Behörden, Schulen, Universitäten sowie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk stark. Man wolle etwa auch nicht, dass jemand an der Universität dafür bestraft wird, dass er die Sprache verwendet, die ohne Gendersternchen funktioniert, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Freitag kurz vor Beginn eines kleinen Parteitags der Christdemokraten in Berlin. In einem von der Antragskommission der Partei veränderten Antrag des CDU-Verbandes Braunschweig, der von den gut 160 Delegierten diskutiert und verabschiedet werden sollte, heißt es, Die CDU Deutschlands spricht sich gegen jede Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen aus, die keine Gendersprache verwenden möchten. Man sei dafür, dass in allen Behörden, Schulen, Universitäten und anderen staatlichen Einrichtungen, so wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, keine grammatikalisch falsche Gendersprache verwendet werde. Zudem lehne man negative Folgen einer korrekten, den Vorgaben des Rates für deutsche Rechtschreibung entsprechende Schreibweise bei Prüfungsleistungen oder Förderanträgen ab. Quelle dpa. CDU-Chef Friedrich Merz hat vor dem Hintergrund jüngster Umfrageergebnis mit einer strittigen These zum Erfolg der AfD-Kritik auf sich gezogen. Bei näherer Betrachtung sind die Ursachen doch seit langem ziemlich klar, erklärte Merz am Samstag in seinem Newsletter. Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. Eine große Mehrheit der Bevölkerung lehne gegenderte Sprache und identitäre Ideologie ab, so der 67-Jährige. Zitat Ende. Zurück zur genderfernen, aufmerksamen, gerechten Sprache. Sogar mit innen. Das Bemühen in der Sprache, die Praxis, die Menschen in der Gesamtheit abzubilden, und zwar unmittelbar, sie war, ist und bleibt lebendig. Geschlechtliche Abbildung erreicht das generische Maskulinum, vorausgesetzt, man ist gewillt, diese Vereinbarung zu akzeptieren, weil man dem Nutzer eben nicht unterstellt, Menschen mit dem Mittel generisches Maskulinum auszugrenzen. Wenn man, wie mein Freund fordert, sich Zeit und Mühe gibt, sich einen Überblick verschafft, wird man bemerken, dass ganz ohne Sternchen und Innenfrauen und Männer auch Menschen ohne Zuordnung zu den Geschlechtern in der Sprache würdig wiedergegeben werden. Meine Damen und Herren, liebe Anwesende. Doch gibt es noch eine Schönheit in unserer Sprache, die Mehrzahl bei Wörtern, die eine Menge von Menschen bezeichnen. Freundeskreis, Fans, Publikum, Mannschaft, Gemeinschaft, Bevölkerung. Schön und charmant ist, wir lieben ja Fußball, wenn zum Beispiel die Frauen auflaufen, sie eben die Frauennationalmannschaft sind. Es braucht kein Anmaßen des Gendern in einer modernen Gesellschaft, konkret kein Gendern, welches den Finger hebt, welches ausgrenzt, welches diejenigen, die das mit dem Sternchen und dem Innen nicht können und oder wollen, dumm dastehen lässt. Bildungsrundfunk und Bildungsfernsehen lassen das ungebildete Publikum noch spüren, wie doof es ist. Kulturzeit, Dreisat und viele Sendungen bei DLF, DLF Kultur, strotzen vor Sternen und Hicks, die geringfügige Pause vor innen. Die Fanatiker dieser Sprachausformung tun dabei nichts, um eine Beobachtung die Gesellschaft besser zu machen. Warum? Das wäre anstrengend, die Ursachen für all die wirklichen Ungerechtigkeiten zu benennen. Dann müsste man ganz nebenbei die Klassenfrage, die Eigentumsfrage stellen. Klassenfrage? Viele wissen gar nicht, was Klassen sind. Denen sei gesagt, die Bundesrepublik ist eine kapitalistische, eine Klassen-, eine Leistungsgesellschaft, eine, in der unter anderem das private Eigentum und die damit verbundene Macht über vielen anderen Dingen stehen. Den selbstgefälligen Genderfreunden gefällt es, von ArbeiterInnen und ArbeitgeberInnen zu reden, die sich aber damit eben nicht gleichberechtigt und in fairer Zusammenarbeit zu gleichem Vorteil gegenüberstehen. Die widersprüchliche, ungerechte Situation dieses Klassenkampfes wird mit innen nicht gelöst. Im Übrigen heißt es beispielsweise im Proletarier-Jargon, so viel Zeit und Höflichkeit für die Frauen unserer Welt muss sein. Liebe ArbeiterInnen und Arbeiter und nicht ArbeiterInnen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.